Also, wir haben hier so ein Haustier, der heißt Thorsten, ab und zu mischt er sich mal ein und dann fragt er. Alles gut, alles gut. Ich habe in Zukunft vielleicht einen Goldfisch, aber ich habe Angst, dass er zu viel Blum ist. Als das zählt. So schlecht. Nein, er ist so ernst gemeint. Meine Mann will mir keinen kaufen, weil sie ihn essen. Oh, ein Bett. Kann man da rauf? Auf manchen Betten konnte man rauf. Hä? Ich dachte gerade, dass du da rauf gekommen bist. Auf einmal war es so. Der schnallerts im Bett, du. Was redest du da? Das ist Vion. Diese Ausgleich habe ich auch noch nicht gehört. Und Revenant, tschüss, macht's gut, viel Spaß. Cool. Boah, ich dachte, du bist so... Ah, du bist so krass. Mein Herz, Alter. Ich dachte schon, erhantet, Alter. Du warst den Tür zu ohne Vorwarnung. Ich renne zum Tisch, drehe mich so und renne zu dir. Und sie ist zu. Mein Herz ist gerade gestorben. Oh Gott. Ich nehme den Blasen mit, das kann ich. What? Bro, what are you talking about, man? Jetzt habe ich keine Dinge gemacht. Boah, du bist... Alter, Mann. Ich schwöre mein Leben. Hör auf und mach keinen Scheiß. Mach einfach keinen Scheiß, Alter. Wie du dich bückst, Alter. Wie geil ist das? Junge, ist das übertrieben. Du hast dein Rückgrat gebrochen, um extra Türken zu kennen. Was ist los mit dir? Ja, das war... Ich war nicht ganz gut gedacht. Oh, du kannst mal tanzen. Ja, kannst du diesen Thaddeus-Move machen? Du weißt schon, diese Welle da mit den Armen. Die von links nach rechts geht. Ja! Ja, genau, Alter. Wie geil! Junge, Alter. Wie geil! Boah! Genau, okay. Wie das aussieht, Alter. Äh... Warte. Bist du soweit? Bist du soweit? Okay. Er strescht dich. Jo! Mach dich los! Macarena auf. Kein normales Macarena. Tut mir leid. Sieht aber geil aus. Woah, das geht wirklich! Woah, das sieht echt gut aus. Asiate. Wir sind deutlich jünger. Boah, das ist ein riesen Ding. Ja. Was ist... Was sind wir ein riesen... Was? Krass, ne? I wanna know, what kind of motherfuckin deal he begins! He need to get more of this shit! Ich find diese Bewegung zu witzig. Fass mich schon völlig an. Wie das aussieht, wer läuft! Ich glaub, er ist selber ein Geist! Ich glaub, er ist selber ein Geist! Ich glaub, er ist selber ein Geist! Nein! Kannst du das bitte wiederholen? Nein! Lass! Lass! Sie fängt einfach zu stöhnen! Das gibt's nicht! Weißt du nicht, was du sonst noch nebenbei machst? Das mach ich mit Absicht! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Oh, oh, okay! 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 Oh, come on! Immerhin! Fired up again! Es ist... Es ist... Es ist... Es ist wrong, Macarena! Es ist okay, es ist okay! Das ist gut. Wie fühlt sich die Maschine an? Das ist gut. Wie fühlt sich die Maschine an? Das ist gut. Wie fühlt sich die Maschine an? Der ist aber nicht. Sie sind natürlich die Maschine an. Das ist nur noch im Moment. Ich bin ein Moment. Ich brauch mich nie. Ja! Ich bin ein Baby. Wie fragt der ist? Oh, oh! Ich bin ein Baby! Okay. I am gay! What's wrong with you? Yep, we have paranormal activity ready. What kind of drink is this? Fantastisch. Hast du ein Foto von mir gemacht? Nein! Hast du grad ein Foto von mir gemacht? Ich hab nicht mal ne Kamera! Also hätt ich ein Foto von dir gemacht, wär ich jetzt eingebuchtet. Ja, dann hättest du auf jeden Fall was verdammt Gutes gesehen. Okay. Was ist das Alter? Als würdest du so Glasreinig auf ne Scheibe spritzen und dann mit dem Tuch so. Ja! 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 Wir haben einen kleinen russischen Freund hier drin, ist das okay für dich? Oh ja. Wenn er nicht okay, wird er erzeugt. Geil. Okay. Ich habe gesagt, wir haben einen kleinen russischen Freund hier drin, ich hoffe, das ist okay für dich. So, ich verstehe den, keine Sorge. Ja, ich bin Panzerwassermelon. Was? Panzerwassermelon. Ja, oh Digger. Hi. 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 Was ist mit euch? Das war ja geil, Digger. Willst du auch mal meine Muschi sehen? Ja, gerne. Ich sag mal so, Caro, du hast nur noch 25 bis zum Zendelteam. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber... Da riecht sie. Da. Ah. Ich habe sie in der Hand. Ja. Guck mal, ich kann die werfen. Ui. Oha. Jo, Alter. So, okay. Nicht gefunden. Ganz komisch. Alter. Oh je. Genau sowas würde ich hören, wenn ich reinkomme hier. Genau sowas. Wie ist der Song nochmal? Ja. Ja. Schreck mich. Warum steckst du dich so an? Alter. Oha. 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 Digger, was machst du dann erst beim Geist, Alter? Du musst ja richtig abkacken, Alter. Du kannst... Du kannst... Du kannst das weg. Du bist... Ich war einfach so ein Anime-Mensch. Einfach so eine Hinata, Alter. Oh ne. Erst hinter euch, erst hinter euch. Spass, Digga. Was los war ich, Alter? Alle drehen sich um wie geil. Oho. Jo. 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 Ich hab's geschafft, Jungs. Ich war ein Junge. Ich kann dann... Ja. Jo. Wow, 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 ey, ey. Zeig dich. Okay. Naughty ghost. Show yourself. Out of this house. Out of this house. Out of this house. So steppen wird er nicht nochmal. Fuck, ey. Jetzt komm ich auf meine Songs. Oh, mir kommt grad ne Tränen, Alter. Ich schwör, ich tu grad Fotos. Ich war grad im Geisterraum. Ich tu grad so Fotos anschauen. Vor allem fängt an zu handeln. Ich baller mein Soundboard und dann kommt das hier, weißt? Dessen lauf ich weg, Digga. Scheiß, Alter. Ja, wir haben Freezing. Ich seh's auch. Okay, dann glaub ich's. Danke. Wir haben Orbs Freezing. Äh, da kann schonmal kein EMF und keine Box. Oh, es kann nun Revenant sein. Oh, bitte kein Revenant. Nee, 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 nee. Revenant! Oh, 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 Daddy. Ihr hattet mich. Oh. Leute, die da, ey. Ich war zwar nicht mit denen drin, aber... Warte, ich will kurz das... Oh, oh. Scheiße. Oh, fuck, Digga, ich bin so tot. There's no way. Oh, Digga, beide sind bei mir. What the fuck? Ich hab sie so outplayed. Ich hab sie so outplayed. Ich bin das erste, Digga. Deine Mutter denkt auch, was ab geht, Digga. Okay, Digga. Boah, du... Boah, Jesus. Oh, ja. Das ist mal ganz hinten hin. Muss ich das hier mal schließen. Weiß nicht, ob die schon noch vorgegangen haben? Oh, boah... Boah... Er ist... Er ist da gespawnt. Aha. Ich bin niemals alleine. Oh, Digga. Alter. Mein Herz, Digga. Boah! Alter Jesus Boah Scheiße Alter Ich hab auf die Kamera geschaut, das sah so real aus